Ja, ich bin absolut der Meinung, denn alle Aussagen, die ich getätigt habe, sind wahr. Ich bin auch mit dem Vorsatz zu diesem U-Ausschuss gegangen, natürlich dort wahrheitsgemäß zu antworten. Auf die Frage, ob ich mit Schmidt in Kontakt gewesen sei, haben sie eingeblendet, den Zuseherinnen und Zusehern. Es war allgemein bekannt, dass er sich grundsätzlich interessiert hat und haben nicht dazu gesagt, dass der Satz weitergeht. Ich habe Ihnen nur klar gesagt, dass ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und was ich nicht getan habe. Und ich weiß, dass ich hier bewusst alles getan habe, um die Wahrheit auszusagen zu Sachverhalten, die lange zurückliegen und zu Sachverhalten, an denen ich nie hauptverantwortlich beteiligt war. Ich habe nie von einem Politiker, dem etwas vorgeworfen wurde, den Rücktritt verlangt und ich werde das bei mir selbst genauso handhaben. Es ist kein Korruptionsvorwurf, sondern es ist der Vorwurf einer Falschaussage im U-Ausschuss. Daher ist es technisch geschehen ein Einzelrichterverfahren. Und das bedeutet, dass die WKStA, die auch diesen Akt erstellt hat, jederzeit einen Strafantrag stellen kann. Das können die jederzeit tun. Und insofern, nein, ich werde selbstverständlich nicht zurücktreten, nur weil es einen Strafantrag gibt. Und ich habe auch hier ein reines Gewissen.